Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Brawl Stars. Er ist online, haben wir nicht gesehen, wird er niemals erfahren, haben wir nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Wir spielen heute mit deinem Idee, haben wir beim letzten Mal den gekriegt und jetzt spielen wir mit dem. Schauen wir mal, was wir damit reißen können. Normalerweise bin ich bei solchen Dudes nicht so gut. Oh man. Der braucht auch lange, ehe der explodiert, ne? Fällt mir grad mal auf. Ah, das braucht auch relativ lange, ehe das explodiert. Das ist schwierig. Oh man. Dafür, wenn das explodiert, macht's halt richtig Schaden, ne? Ah, keine Schnitte. Überhaupt nicht. Das sind halt so nicht meine Brawler. Weil ich nicht ganz einschätzen kann, wann die explodieren. Gerade geknubbelte Leute wären halt voll mein Ding eigentlich, ne? Aber hab ich keine Chance. Gar nicht. Das wird heute ein richtig schwieriges Spiel. Ich hab keine Ahnung. Das ist so überhaupt nicht meins. Ja, mit denen nicht, aber... Das wird schwierig. Ich sag's euch. Mit denen überhaupt ein Spiel zu gewinnen, wird, glaube ich, schwierig für mich. Wird's nicht so meine Brawler sein? Ich hab ihn halt auch noch nicht getroffen. Oh man! Und schon trifft er beide auf einmal. Was war da bloß los mit mir? Oh man! Was geht denn jetzt ab? Jetzt hat er Wasser getrunken. Loll! Jetzt haben wir aber satt getroffen bis jetzt. Loll! Aimbot.exe aktiviert. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Aber jetzt war ich Star-Power-Spieler oder Star-Spieler. Jawohl! Hab ich mir gedacht. Das war nice. Das war richtig nice. Mit euch spiel ich nochmal. Ich seh schon ihr nicht mehr mit mir. Okay. Wenn man aus seinem Energy-Drink-Drinkt... Drink-Drinkt? Drink-Drinkt? Uh! Oh-oh! Ah, der trifft satt. Hihihi. Oh-oh. Das war zu kurz. Wir können die damit eigentlich relativ gut auf Entfernung halten, ne? Ich schmeiß den zu kurz ein. Jetzt schmeiß den zu kurz. Die gewinnen halt trotzdem, ne? Boah, jetzt haben wir es halt richtig rausgerissen, ne? Ohne Witz. Nein! Boah, das war knapp. Deiner Mike. Chen, versuch mal mit Dünner Mike ohne AutoAim zu spielen. Ach, Nippo, wenn du wüsstest, wie wir es rocken. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Das ist nur die erste Runde so katastrophal, man. Das ist nur die Runde so katastrophal. Die kommen noch nie mal bis hier. Das ist nur die Runde so katastrophal. Das ist nur die Runde so katastrophal. Easy, easy, peasy. Müssen eigentlich Nippo reinschreiben. Wieso? Ich rock doch. Läuft doch eh. Jetzt spiel nach dem anderen. Aber der Nippo guckt quasi die Folge live. Wenn ich halt nur gar keine Ahnung habe, wo die Gegner sind, dann wird es halt schwierig. Ich bin halt eher so der... Nein! Ich bräuchte halt mal ein bisschen mehr Leben, ne? Die haben halt zwei Heiler, ne? Ich bräuchte halt mal ein bisschen mehr Leben, ne? Ich bräuchte halt mal ein bisschen mehr Leben, ne? Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ah, diesmal war ich nicht Star-Spieler. Diesmal war ich nicht Star-Spieler. Egal. Wir haben uns ein bisschen mit Dynamite angefreundet. Finde ich in der Tat nicht gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, wir gehen nach Vollfratze. Ja, holen wir uns hier nochmal ein paar Dinge. Perfekt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns abends im Stream, falls Stream-Tag ist. Und sonst bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.